Hallo, mein Name ist Michael Berger. Ich bin vom Arbeiter-Sammariter Bund und wir sorgen für die Sicherheit der Maturantinnen hier am Gelände. Wir haben 30 Sanitäterinnen im Einsatz, drei Rettungsfahrzeuge und auch eine ärztliche Betreuung. Wir freuen uns natürlich, dass wir für eure Gesundheit hier sorgen dürfen und dass ihr hier die Zeit eures Lebens verbringen könnt. Mein Name ist Harald Schadl. Ich bin Inhaber der Firma MCS. Wir als Sicherheitsdienst sorgen hier für den Veranstaltungsschutz. Das Awareness-Team wurde ganz gut angenommen. Es sind einige Leute auf uns zugekommen. Also wer emotionalen Support braucht oder Hilfestellung, der kann sich jederzeit an uns wenden.